Musik Hendrik behauptet, dass er mit diesem Messer eine Karotte in mundgerechte Stücke zerschneiden kann, ohne hinzuschauen und ohne sich selber in irgendeiner Weise zu verletzen. Bitte, ich bin gespannt. Danke. Was ist dein Trick? Einer meiner Tricks ist, dass man die Karotte erstmal so schneidet, dass sie sicher liegt, weil so würde sie noch rollen. Okay. Das heißt, wir halbieren sie einmal, dann haben wir eine gerade Fläche und können sie sicher hinlegen. Okay. Und dann macht man eine Klammer, so einen Klammergriff, den Daumen nach hinten und dann kann man mit dem Messer an den Fingern vorbei, ohne dass man sich schneidet. Guck mich mal an, bitte. Wer zuerst weckuft hat, hat verloren. Und jetzt bist du gleich fertig. Ich fühle es. Cool. Ich finde, du hast gewonnen. Danke. Was machen wir jetzt damit? Damit machen wir super. Okay. Also, diese Wette hat Hendrik 100% gewonnen und viel Spaß beim Nachmachen. Westfalia – einfach machen.